Das älteste Atomkraftwerk der Welt darf weiterlaufen. Die Schweiz hat gegen die Atomausstiegsinitiative der Grünen gestimmt. Knapp 46% waren für die Initiative, gut 54% dagegen. Der grüne Nationalrat Bastien Chirot hat sich das Resultat anders gewünscht. Natürlich hat man gehofft, dass einem die Sensation gelingt. Es wäre natürlich sehr gut für die Schweiz für die Energiewende. Jetzt haben wir 46% ja und das ist eigentlich ein sehr gutes Resultat. Ich glaube, lange hätte man nicht gedacht, dass das so knapp werden könnte. Auf der bürgerlichen Seite hat man mit Konsequenzen wie Stromausfälle und dem Import von Kohlenstrom gegen die Initiative Stimmung gemacht. Ich habe eine eilig Abstimmungskampagne, die immer mit Horrorszenarien oder was auch immer fungieren. Ich glaube, es ist wirklich das Vertrauen darauf, dass es eine Energiestrategie gibt, dass man diese umsetzen will, dass es keine neue Ankraftwerke mehr geben wird. Die Initiative wollte, dass bis 2029 alle Schweizer AKW abgeschaltet sind. Die AKW werden jetzt, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, schrittweise mit der Energiestrategie 2050 abgestellt. Wenn das passiert, ist noch unklar. Die SVP will jetzt per Referendum sogar die Energiestrategie 2050 angreifen. Es ist ein Referendum gegen die Energiestrategie angedroht. Und ich glaube, das Signal kann man deutlich so werten, das Referendum wird keinen Erfolg haben. Weil eigentlich mit diesem Resultat hat die Schweiz gesagt, wir wollen in eine Zukunft mit erneuerbarer Energie. Die schaffen wir auch. Aber es braucht mehr Zeit, wie es die Initiative wollte. Trotz der Niederlage bei den Initiativen, die Grünen sind optimistisch, dass die Abschaltung trotzdem schneller kommt als geplant. Müllerberg wird 17 abgestellt. Bei Betznow 1 werden wir schauen, dass das nicht mehr ans Netz geht. Da haben wir auch schon entsprechende Sicherheitsverantwortliche Kommission eingeladen. Da muss man jetzt dranbleiben. Von daher werden wir natürlich über die Sicherheit auch schauen, dass die AKWs nicht verantwortungslos lange am Netz bleiben. Im Top-Sendergebiet haben alle Kantone gegen die Atomausstiegsinitiative gestimmt. Am klarsten St. Gallen mit über 60 Prozent. Zahlungsgericht in der Chiris-Sendung in der beiden Hochschule. Das ist der Ansatzшая, muss man bereits heute mit über 50 Prozent. Im Top-Sendergebiet hat die